Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschafts-Simulator 17 mit dem McManus, mit dem Sucksack-Player, mit dem Freezy, mit dem guten Ansgar von Nordrhein-TV-Play, mit dem guten und mit dem Line-Gamer 1. Hallo. Hi. Hi. Moin. Warum eigentlich die 1, muss man die 1 sagen da ein, oder? Ich hab die halt, damals gab's halt, ich hab Line-Gamer glaub ich damals eingegeben, aber das war halt schon. Keine Ahnung, anscheinend gab's das schon. Und dann gab's halt die ganzen Vorschläge da und ich dachte halt, ja, nämlich eins ist besser als jetzt so Mr. Line-Gamer oder irgendwie sowas. Mr. Line-Gamer. Wir alle dann immer 1 nehmen, wa? Einen Tag bevor der Line-Gamer einzigen Affair spielt, ist immer 1, genau. Ja, besser wie Line-TV, ne? Hast du schon mal... Line-TV? Warte mal, Line-TV sagt mir sowas. Sagt mir auch irgendwas. Ist das nicht der Sänger? Das ist total kacke, YouTuber. Wollen wir jetzt irgendwie... Ja, schwingt sofort vom Thema weg. Ja, erstmal schön beleidigt, nächstes Thema. Ich hab einen Vorschlag. Wollen wir diese 3 Bäume hier schonmal wegmachen, weil wenn wir weit, oder später... Müssten wir. Ich bin, äh, ich bin genau neben dir, wow, super. Ja, du, vielleicht zum Finger, dass du kurz zeigen kannst. Also bei mir steht da beim Fendt rum. Guckt sich die Wand an. Ja, steht da. Werner steht bei Fendt. Ja, beim Fendt. Lass mich mal ein Fahrzeug rein. Jetzt bist du leer. Einen musst du noch drauf nehmen. Lass mich mal ganz kurz eine Runde fahren. Dann zeig ich dir, was ich meine. Okay. Jetzt ist er weg. Nein. Warte, lass mich doch hinten aufspringen. Geht das? Das geht leider nicht. Ich hab schon... Sonst könnten wir alle mal aufsitzen und eine Runde durchs Dorf fahren. Ja, das ist ja ärgerlich. Also, die hab ich gedacht, dass wir die erstmal wegmachen, weil wenn wir jetzt später Lagerhallen oder sowas errichten wollten, ne? Mhm. Dann sind die eigentlich komplett im Weg. Ja, dann komm, weg damit. Vielleicht nehmen wir die Stapeln obendrauf, denke ich. Oder wir können auch das Grasfeld dann verwenden und sowas. Die theoretisch auch drauf tun, wie du willst. Okay, das hätt ich dir jetzt nicht zugedraut. Ja, ja. Übrigens, schöne Frau. Wie kommt es dazu, dass du die Frau ausgewählt hast? Wolltest du mal was Neues ausprobieren? Das ist Standard. Ja, ja. Ich wollt unbedingt mal selber sowas haben. Ja, na, fahr mal schnell den Pickup da weg. Findest du mir was? Okay, es sieht gut aus Leon, ist verzweifelt. Ja, wenn's passt. Aber du müsst wirklich kleine Stücke machen, ne? Ja, ja. Du bist ne Lady, du musst das halten. Hm, genau. So, seid ihr bereit für die unglaubliche Saatgut- und Düngerlieferung? Ja, ja. Jo, klingt ja selber zufällig. Na gut. So, ich nehm den erstmal. Aber ich kann ja nicht nehmen. Aber bei mir schwebst du jetzt in dem Auto. 43. 43. Gerne? Ja. Also du stehst bei mir hier. 44. Jetzt sind wir da drin. Aber ich glaube, wir sind trotzdem gleich schnell. Zeigst du mir da deinen knackigen Puppel? Naja, mach einfach. Ja, das geht halt mal mit dem Jonas. Offensichtlich hat er ja auch was zu zeigen dann, ne? Das ist richtig. Wansker, warum bist du mir jetzt zu schnell vom Thema weg? Wieso? Ist dir da was vorgefallen? Naja, da ist doch... Du hast doch Ducky geangelt, oder? Ich schneide, ich schneide. Ach, Line TV! Jetzt weißt du, wer das ist! Ne, das war jetzt wirklich... Das kam jetzt aus Herzen einfach mal raus. Weiß ich nicht. Ich guck mir den auch gar nicht an. Ich hab nur ein oder zwei Videos und irgendwie mal so ein Musikvideo von dem gesehen. Und das hat mir eigentlich auch schon... Ist das nicht der Alki? Äh ja, der, 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 der Zuku-Search damit... Ja. Ja, genau. Werner, Werner, Werner zerschnaltet den Pick-Up. Jaja, Werner zerschnaltet den Pick-Up. Also, die... die stellen wir hier... Randy sind alle geschnitten, ne? Musst du nur weg. Oh, freundlich. Und ja? Der hat den Pick-Up würd ich nie machen. Ja, ja. So, wir hatten ein Thema für diese Folge. Der hat ja auch stark auf mein Höhe, alle ist ja den Freund machen lassen. Genau, die Map und so. Die Map und so. Was sagt er denn? Wie gefällt's euch? Ami halt, ne, geil. Und ich find's auch cool. Das ist alles immer geil. Im 13er wär schon... ein Schlückchen. Oh, jetzt könnte es passieren, dass meiner ein bisschen abbaut, Leon. Ja, ich find, die Bäume heben das Ganze auch irgendwie nochmal auf ein anderes Level. Die sind nochmal deutlich besser geworden. Aber ich find, man erkennt schon noch, dass es eine Giants-Map ist. Die Bäume sind alle so platziert, dass auch ja kein Helfer sich drin verfangen kann. Und die Abhänge so weit genug gewählt und so. Das wär ja auch blöd, wenn sie die Bäume da hinstellen würden. Ne, aber man merkt halt, wie so ein bisschen da getrickst wurde an der Stelle. Ja. Finde ich. Müssen wir wieder abladen, oder? Müssten wir, ja. Ich lass dir das mal hier stehen und mach dir mal die Spankurte ab. Wir könnten auch die Zeit vordrehen schon, ne? Das stimmt. So habt ihr jetzt überall gesät schon, oder wie sieht's aus? Ist alles angesehen? Alles fertig. Dann passt das, ja, ja. Oh, wieso stehen die Frontlader konsumiert? Will irgendjemand vorfahren, oder ich? Ob wirkt es nicht schwer. Ey, da passt doch noch was drauf Ansgar. Ja, aber trotzdem will ich schon mal vorfahren, weil sonst muss man so weit laufen. Du kannst schon mal vorfahren. Ja, das stimmt. Oh, ich sehe neue Traktoren zur Auswahl. Sehr gut. Gibt's da einen mit Konsole? Das ist noch rückwärts ganz schwer. Hier ist noch gar nichts Geld. Ja, da ist noch nix geworden. Ich komme. Dann Sigma. Mein erster verkaufter Baum hat 817 Euro gebracht. Wo ist der Baum? Ist der nett? Jo. So viel zwischendurch. Warte Leon, ich fahr die weg. Werner, an den großen jetzt rein. Ich fahr die Konsole weg. Ich schneide den großen. Nein, ich sag in den Hänger jetzt da rein, meine ich. Ja, genau. Alles klar. So, hier kann noch ein bisschen drauf. Händen wir mal 2-3 Stück. Alter. Oh, da kann ich dir sogar helfen. Habt ihr mal die Frau mit dem Bauhelm gesehen? Mit dem Forsthelm? Die sieht richtig gut aus. Die sieht richtig gut aus. Jetzt hör mal. Oh ja. Aber irgendwie unten. Das ist geil. Wir gehen ja auch hier über die Mädels, ne? Bitte? Die alten Geier. Was ist geil? Brauch ja auch. Ja komm, das gab's noch nicht im L.S. Kann man sich ruhig mal angucken. Ja. Auch länger. Okay, wie auch das schon... Naja, okay, egal. Aber wie Ansgar das schon mal versucht hat anzusprechen, da hatten wir tatsächlich so ein Thema, so ein kleines... Achso, da war das schon durch. Das war schon durch. Das war schon durch. Ja, alles gut. Tschüss. Gute Map, danke. Kann ich denn schneiden hier? Ja. Wie findet ihr den Hof? Weil... Nach total Versagen... Ähm... Ähm... Äh... L.S. 15 Hof... Find ich den, um ehrlich zu sein, gar noch ein Stück schlimmer. Ja, der ist irgendwie los. Ja, der ist irgendwie los. Er ist so schwer, Werner. Ja, du hast auch ne Kettensäge. Ich glaube, Chains hat das ganz gut gelöst mit diesen Deko-Objekten und platzierbaren Objekten, dass man sich das etwas selber ausgestalten kann. Weißt du, was das Problem ist? Nein. Dass bei diesen platzierbaren Objekten immer das Gras drunter ist. Ach ja. Weißt du, was ich mein? Ich hab das schon getestet. Du hast immer das Gras drunter. Ja. Ja, du kannst ja die Verhandlungen auch verkaufen. Das finde ich vor allen Dingen cool. Das ist ja cool. Ich dachte erst die ganze Zeit, okay, platzierbare Objekte, aber alles bleibt, wie es ist. Aber du kannst ja auch die Sachen hier oben stehen verkaufen. Ich glaube, das, was du nicht verkaufen kannst, ist das Silo, das Wohnhaus und der Strohverkauf. Genau. Ja. Ja, das meine ich mit eben, du kannst ja den Hof eigentlich auf eine gewisse Art und Weise selber ausgestalten. Das ist eigentlich nicht so doof von Chains. Also, ich hab mir überlegt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ganz ehrlich mal sein darf, ich suche mir einfach eine wunderschöne Fläche und baue mir einen neuen Hof auf. Weil du hast alles, du kannst alles platzieren. Theoretisch kannst du das machen. Theoretisch möglich. Herr Klick hat es mal so gemacht, er hat einfach am Anfang alles verkauft, weil er halt Kohle brauchte. Und wenn hier gar nichts mehr steht, ja, ja, dann hat sich die ganzen, die ganzen Objekte verkauft, dann hat er gesagt, ja, da kannst du ein Feld hinzimmern, bis auf die Betonplatten. Und wenn die Hallen, da geht gar nichts mehr. Also bis auf das Haus, ja, ja. Aber ich finde die Hallen so geil. Hallen sind nice, ja, das passt schon. Gerade das, was man da platzieren kann, diese Fahrzeughalle. Die Hallen der alten Vertexhallen, die es jetzt als Mod gibt, die tut auch schön. Ja, das stimmt. Warum spielen wir eigentlich nicht mit Mods? Ja, können wir doch jederzeit noch hinzufügen. Ja. Ich war jetzt halt noch nicht sicher, ob jeder, jeder halt welche hat, weißt du, deswegen. Fendrescher. Schnell starten können wir dran tun. Eben. Also hab ich mir selbst noch nicht angeschaut. Den Fendrescher? Sehr cool. Sehr cool. Ja. Gibt schon ein paar schöne Sachen. Wie findet ihr, ähm, wenn wir das jetzt mal so sagen, ja, doch, kann man doch, denke ich mal drüber sprechen, ähm, ähm, äh, integriert, Mod habt integriert. Sag mal, Werner, was machst du da eigentlich? Ich schneide. Und zwar, äh, äh, sie synchronisiert halt nicht richtig. Sie synchronisiert nicht richtig. Vorhin stand doch noch der Pickup. Bei mir. Glaubst du? Ja gut, ich hab irgendjemanden unterbrochen, Entschuldigung. Äh, ne, ich meinte nur wegen diesen, äh, wegen Mod-Hub, äh, wie, wie ihr das findet. Also das halt eben integriert ist jetzt, äh. Ja, ist ja viel einfacher die Mods zu installieren. Also einfach nur draufklicken und schon, seit dem Spiel musst du nicht irgendwie noch irgendwas hin und her kopieren, oder? Ja. Ich finde das auch super, ähm, allerdings hier habe ich das Gefühl, dass das auch so ein kleiner Bugschuss gegen Mod-Hoster sein muss. Ja, ich hab auch das Gefühl. Ich wollte es grad sagen. Achso, damit die Leute noch mehr direkt darauf aufmerksam werden, so, ne? Naja, gut, äh, in dem Moment ist ja, äh, du weißt ja, wer Mod-Hoster, was Mod-Hoster macht, oder? Äh, ich glaub Leon weißt nicht, oder? Inwiefern jetzt macht die Mod-Hoster ist der Entwickler, sind die Entwickler von C&C. Catelyn Cropsel, ja. Äh, ich bin Aladin. Ja, wobei, Mod-Hoster ja schon vor C&C war einige Sachen. Sachse fliegt. Aladin auf dem fliegenden Halbstück. Ja, das stimmt. Aber, äh, C&C ist ja ihr Projekt, in dem Sinne so ein bisschen. So, und irgendwie, also ich hab nur das Gefühl, ähm, das ist so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen so, naja. Wegen werden wird es ja auf Mod-Hoster trotzdem Mods geben, ist ganz klar. Aber, ähm, es wird schon den Sinn haben, dass man das eben alles vereinfachter haben kann, aber man kann das Gefühl bekommen, also das stimmt schon. Ja, ja. Ist bei euch auch so, dass die Spielfigur irgendwie selbstständig irgendwie läuft oder so? Ja. Ja, das ist komplett komisch. Manchmal werde ich auch einfach zurückgesetzt. Ja, ich auch. Weil das ist ein bisschen die Welt. Ich kann auch nichts angreifen hier, ne? Also bei mir ist alles echt super hier hinten. Ich bin ja auch direkt am Sägewerk, damit die Sachen nicht so weit prägt. Aber du bist auch noch nicht ausgestiegen, oder? Doch, doch. Ich säg die ganze Zeit. Verkauf Stämme und so. Ich hab schon drei, vier Bäume weg, manch. Äh, kann ich den Off-Roader mal wegfahren? Oder den Pick-Up, wie es so schön heißt? Mach' mal. Ist das hier eigentlich ein Ausdruck von Dekadenz, dass man einfach den Motor laufen lässt, oder? Ja, ja. Wir haben es ja, wir können es. Na, das ist die AC. Der muss laufen. Der muss laufen. Aber wir sind ja nicht fertig, Jungs. Hier kommt noch ein Anhänger. Das ist gut. Wer hat eigentlich dieses Holzstück nicht gesägt? Lass es. Lass es. Säg doch einfach. Na, na, gut. Ja, gut, lass. Nice, nice. Aber hier passt auch noch was von euch. Was? Wir sind hier noch nicht voll. Aber wir haben keine Bäume mehr, oder? Ja, das war der hier noch beladen. Also hier direkt am Sägewerk haben wir einen schönen kurzen Weg. Kann ich empfehlen, die Stelle. Meinst du, sollten wir mal dort ein bisschen? So wie bei Björn. Die wollen wir so fällen, dass die direkt ins Sägewerk fallen. Ja. Das war lustig. Das war schnelles Geld. Aber wenn sieben Leute hier in den Kleinen geschoben. Durch die Gegend tragen, sieht auch lustig aus. Ich komme mal zu der Freezy, dass es nicht so viel latschen ist. So. Jetzt sind wir alle... Hat jetzt eigentlich irgendjemand gedüngt hier? Ja, das war halt bei der Sämaschine inkludiert. Genau. Wir müssen eins mal spulen. Okay, das war sehr gut als keiner. Aber eigentlich wollten wir Holz ja nur als Nebenbeschäftigung fällen. Und jetzt macht er das irgendwie... Da hast du daneben gegründet. 120? Ja. Ja. Aber wie könnt ihr alle das aufnehmen? Ja jetzt nicht. Ich kann's auch nicht lernen. Geht euch die Welt. Den Gemäuse hast du nicht bei euch? Ne. Es kommt nicht von Hans-Symbol. Ja. Okay, das finde ich aber miserabel muss ich sagen. Also das hätte Giant schon hinbekommen können. Ja gut, wir spielen jetzt natürlich nicht mit der finalen Version. Ja, aber komm. Es ist ein Tag vor Release. Ja wer weiß wie alt die Version ist. Da tut sich nicht mehr viel. Ey, 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 ey. Hans. Hans, Hans. Hans Günther. Ja? Okay. Dann ignorier mich. Jo, ist weg. Bist du extra mit dem Wagen vorgefahren? Ich bin ich extra mit dem Wagen vorgefahren als Kinder, ja. Oh Leute. Alles klar, Magnus. Ich bin doch am Arsch. Lad ihn doch rein. So, kriegt man noch nen Baumgefeld hier drüben? Ja, ne? Bei mir ist es genug da. Na gut, kannst du dir so Bild die Differenz merken? Oder, wisst ihr was, kommt der Fahne hoch? Oder sogar cool, weil die aktualisiert sich ja bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ich gucke mal im Menü, da steht ja hier von wegen, was hat man für Holz bekommen. Oh, Magnus. Alter Falter. Kennt ja nix. Na komm, hier so nen Baum können wir noch wegmachen, den großen hier, oder? Ja, der sieht gut aus, den hau ich nach oben jetzt. Ich muss innen an sich fahren, das geht sonst nicht, ey. Wie hier einfach der Frontlader in der Kabine bei mir. Vorsicht. Ja, was ist hier eigentlich mit dem Frontlader? Ja. Das ist bei mir auch so. Oh. Ne, aber das können wir nicht erzählen, dass das alles noch in einem Tag gepatcht werden soll. Also das ist schon... Okay, der Frontlader ist wieder da. Ja gut, das war natürlich bei 7 Leuten, die alle rumsägen und rumsägen und rumsägen, auch gut was zu tun. Das stimmt. Das stimmt. Da sollte man den dann später mal neu starten. Das geht. Kann ich jederzeit neu starten, ja. Er hat aber hoch bis vor uns noch geschlagen. Ja, diverse Sync-Probleme gab es im 15er auch schon. Ja, reichlich. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Objekte schwer. Objekte schwer. Objekte schwer. Es wird längstens schon heftig hier. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Mission nicht funktioniert, die Multiplayer. Ja, das stimmt ja. Das ist sehr schade. Ja gut, aber eigentlich machen wir es auch nicht so viel Sinn. Weil das ist zu schwer als das ist. Das ist zu groß, was du da schnallt. Ja, aber es wäre halt ein netter Zeitvertreib. Achso, ne, warte denn hier, der Physik sieht nach. Das ist gut. Einfach mal jemanden, weiß ich nicht, irgendeine kleine Mission machen lassen. Ja gut, dann mach du. Gut, aber jetzt stell dir mal vor, Mission, ich verstehe, was du meinst. Also das ist schon... Aber jetzt stell dir mal vor, zack, machen hier sieben Leute fix eine Mission. Hat sich das Ding gegessen, ne? Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also das ist... Wenn der sich wirklich jeder einen fälscht... Oh lol. Crazy. Was war das denn? Ich hab nicht mit dem Bock drauf. Komm, das ist ne Treppe. Das sind aber erstmal fertig. Oh. Wir sind fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Damm noch oben da. Gerne bei den anderen vorbeigucken. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder um 13 Uhr zu einem weiteren wunderschönen Video auf der... E-Mail ist 17. Äh, ja. Bis morgen. Machs gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.